Heute findet hier was Fantastisches statt. Wir sind hier in Holzenhallen von Neumünster und hier wird heute die Musical-Broadway-Show stattfinden. Ich mag solche Produktionen sehr gerne, weil man einfach eine wahnsinnige Bandbreite zeigen kann. Man merkt total die Leidenschaft. Die Sänger und Sängerin in diesem Ensemble sind alle extra klasse. Wir ziehen an einem Strang und nachher wird das ein richtig geiles Ergebnis. Ja, es war super spannend. Also erstmal das Zusammentreffen gestern, total frisch, neu. Sie sind super herzlich und ich fühle mich auch total umsorgt. Macht mich super stolz, vor allem einfach, dass ich weiß, es sind einfach alle da. Also eigentlich freuen wir uns auf alle. Das Duett zwischen Matthias Edenborn und Jonas Hain. Alles was da kommt. Auf die Show direkt, auf die Darsteller. Wir haben hier total Bock drauf. Ich kann es kaum erwarten. Vor der Show bin ich immer aufgeregt. Ich freue mich einfach total auf den Tag. Definitiv Vorfreude. Tatsächlich total aufregend, aber dann am Ende macht es dann Spaß. Also ich meine, guck dich mal um. Ich hab richtig Bock. Ich war der Lieblingsmoment. Die beiden Songs von Jonas Hain und Jonathan Reitz. Das Duett zwischen Christina und Judith. Alles was von Eiskönigin war. Von der Judith Patton. Das war so genial. Tanz der Vampire fand ich auch sehr schön. Wir fanden den Abend ganz toll. Super Musik. Tolle Tänzer. Tolle Künstler. Tolle Auftritte. Das war eine ganz tolle Show. Gänsehaut pur. Do. Untertitelung. BR 2018